Ich würde die Frage jetzt öffnen und nach der Rolle von Museen und Ausstellungen, also nach der Rolle fragen wollen in Erzählungen von Rache. Wir haben ja jetzt viele verschiedene Erzählungen gehört, aber vielleicht auch eine wichtige Frage, weil es ja nicht nur um Erzählungen geht, sondern auch um Visualisierungen. Wir haben ja schon ein paar Eindrücke gehört. Vielleicht könntet ihr dazu noch was sagen, zu Repräsentationsformen von Rache und verbunden damit vielleicht auch von der Rolle von einem Museum. Das ist schon eine sehr komplexe Aufgabenstellung. Ich würde gerne ganz klein anfangen, weil du hast sehr schöne Beispiele gebracht für, du nanntest das subversive Praktiken, ich bin in literarischen Texten immer wieder auf die Formulierung kleine Rache gestoßen. Also so Handlungen, die eben nicht gewalttätig sind und trotzdem aus diesem Impuls einer Ungerechtigkeit begegnen, erwachsen und dann häufig eben als kleine Rache bezeichnet werden. Genau sowas. Man übersetzt nicht genau das, was gesagt wurde oder in einem jetzt auch das Jahr erschienenen Roman eines israelischen Schriftstellers in Berlin gibt es einen Satz, wo die Erzählerfigur sagt, ein Freund hat ihm mal erzählt, seine Rache für die Schoah wäre es, in Deutschland, in Berlin immer ein bisschen Plastikmüll in den Papiermüll zu tun und umgekehrt, um den Deutschen den Selektionsprozess zu vermiesen. Und das sind natürlich, also im antiken Sinne ist das keine Rache, weil niemand erfährt davon und ferner weiß es und niemand kann was daraus lernen. Aber diese kleinen Praktiken, dieses Subversive, was mehr was mit Genugtuung ist, übrigens ein Begriff, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, was mit Genugtuung zu tun hat, zu wissen, dass man das getan hat, das finde ich ganz spannend. Und der zweite, glaube ich, ganz wichtige Begriff, der jetzt bei dir auch mir gefallen ist, ist Widerstand. Das fiel mir auf in der Manga-Bell-Ausstellung hier im Museum, gerade bei den Kunstwerken, bei dem Künstlerkollektiv, die dort mit ausgestellt sind, ist in der Anfangsbeschreibung taucht, glaube ich, zwei, drei oder sogar viermal der Begriff Widerstand auf. Und das ist eine ganz wichtige Abgrenzung. Ich glaube, zwischen Widerstand und Rache sind die phänomenologischen Unterschiede gar nicht so groß, aber es sind ganz andere Deutungen. Also da hängen andere Bewertungen dran. Und das hat, und da hast du völlig recht, das hat ganz viel damit zu tun, wer wann zu wem spricht und sprechen darf. Also aus welcher Position heraus über Ungerechtigkeiten gesprochen wird. Und da kann sich Max Czolek als jüdische Stimme in Deutschland es erlauben, in seinen Essay-Banden ein ganzes Kapitel über jüdische Rache zu schreiben und jüdische Rache zu fordern und sich als Inglorious Poet in Anlehnung an Tarantino zu bezeichnen. Das kann der machen, weil er diese Position hat als jüdischer Autor in Deutschland. Und man konnte in den letzten Wochen sehr schön beobachten, wie sich das deutsche Feuilleton gefreut hat, als sie diese Position von ihm dekonstruieren oder destabilisieren konnten, indem sein Jüdischsein in Frage gestellt wurde. Weil genau es geht um diese Macht oder diese Position im Diskurs. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum wir ähnliche Äußerungen von schwarzen Autorinnen in Deutschland nicht oder deutlich seltener und leiser zu hören bekommen. Was nicht heißt, dass diese Motive, unter anderem Begrifflichkeiten, vielleicht nicht trotzdem in der Literatur und in der Kunst zu finden sind. Ich glaube, man würde das auch oben oder drüben in der Ausstellung so lesen können, wenn man das möchte. Vielleicht kann ich da anschließen, weil mir ist eben auch, während ihr gesprochen habt, dachte ich so, eine Gemeinsamkeit ist tatsächlich die Frage, wer spricht, wer erzählt da und wer spricht auch für wen. Und so lässt sich vielleicht auch der Bogen schlagen ins Museum, weil sich da ja auch immer die Frage stellt, wer stellt wen aus und sozusagen mit welcher Autorität. Und das ist, wenn es um Rache geht, ist es natürlich knifflig. Also einmal, weil die Abgrenzungen schwierig sind zu Widerstand, weil damit immer bestimmte Zuschreibungen verbunden sind. Bei Rache selbst ist eben wegen dem dritten G, das Sebastian genannt hat, der Gerechtigkeit, ist da sozusagen auch immer so eine Ambivalenz mit drin, weil man kann eine bestimmte Handlung als Rache bezeichnen, um sie eben zu delegitimieren, zu sagen, nee, das ist ganz furchtbar, dann hat man die ersten beiden Gs wahrscheinlich im Kopf. Man kann aber auch sagen, ja, diese Handlung war eben in Ordnung, weil es mit Gerechtigkeit zu tun hat und weil es darum ging, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und diese Ambivalenz bleibt, glaube ich, mir ist jetzt noch ein anderer Begriff eingefallen, und zwar der der Selbstverteidigung, weil ich sehr angetan bin von einem Buch einer französischen Philosophin Elsa Dolan, die die Frage stellt, welchen Körpern, welchen Subjekten wurde überhaupt das Recht zugestanden, sich selbst zu verteidigen und welchen nicht. Und da gab es natürlich auch historisch Extremo-Unterschiede. Wir müssen im Museum bleiben, wir müssen mehr ins Museum rein, glaube ich. Darf ich vielleicht da direkt zum Museum anschließen, weil das, glaube ich, wirklich etwas ist, was Museen leisten können, ist nämlich, du hattest, glaube ich, auch davon gesprochen, Geschichten zu erzählen, die unbekannt sind. Also überhaupt erst mal Widerstandsbegebenheiten ins Bewusstsein zu holen, zu erzählen, was die Kolonialisierten gegen ihre Unterdrücker getan haben, zu berichten, dass es bewaffneten jüdischen Widerstand während des Zweiten Weltkriegs gab. Etwas, was sozusagen aus der Erinnerung oder aus dem kollektiven Geschichtsverständnis meistens rausfällt. Und sozusagen diese Geschichten überhaupt erst mal ins Bewusstsein zu bringen. Und das ist etwas, was Museen, gerade durch Ausstellungsstücke, die immer sozusagen mit einem Authentizitätsanspruch kommen, ihn tatsächlich sehr gut machen können und auch niedrigschwellig. Also ich finde das in der Ausstellung hier sehr gelungen. Hier wird wirklich etwas den meisten Hamburgern und Hamburgerinnen vermutlich völlig Unbekanntes. erzählt und dargestellt und gleichzeitig auch weitergedacht, dass eigentlich in die Hamburger Schulen gehört, aber da einfach noch nicht angekommen ist. Und sozusagen dieser, bevor sich da im Curriculum was endet, müssen sozusagen die Museen diese Aufgabe vielleicht zu einem Teil übernehmen. Ja, vielleicht kurz dazu. Es ist ja ganz schön hier in der Ausstellung, wenn man sich das anguckt, dass Bell ja sozusagen in Deutschland sozusagen auch erzogen wurde, teilweise auch in juristische, wenn man das sozusagen glauben mag, in juristischen Vorlesungen gesessen hat. Und er geht ja an den Weg, er geht den diplomatischen Weg, er geht den Weg des Rechts. Ja, er versucht sozusagen, Rechtsmittel, Petitionen etc., da musste ich gleich an Michael Kuhl ausdenken, das wird dann nichts, aber ihm bleibt sozusagen die, das ist ja auch ein Moment des Widerstands, aber mit anderen Mitteln. Er geht also diesen Weg und der Weg schlägt fehl. Ja, da hätte man wahrscheinlich, der gewaltfreie Widerstand bewirkt da dann leider doch nichts und führt dann ja letztendlich noch zur Anklage und zur Exekution. Also genau das Gegenteil, was da entwickelt wird. Ich möchte nochmal auf das Verhältnis auch zwischen Recht, Gerechtigkeit und Rache. Weil man kann ja sehen, Rache ist vielleicht oder Rachegelüste, Rache gelüste, das ist ja Ausdruck von, dass da ein Bewusstsein ist, da ist ein Unrecht, was mit dem Rechtssystem nicht aus der Welt geschaffen werden kann, auch nicht durch irgendwelche Urteile und Strafen etc. Das heißt, für mich ist Rache auch der Schrei sozusagen der Ungerechtigkeit immer auch ein Korrektiv. Wir haben das bei dem Bereich Rape Culture auch ganz stark. Natürlich verändere ich und da sind so diese Eins-zu-eins-Rache-Geschichten auch meiner Meinung nach kontraproduktiv. Weil wenn ich dann meinen Vergewaltiger umbringe, ist noch nichts am System sozusagen, ist gar nichts. Da bleibt die Rape Culture sozusagen, wie sie ist. Das heißt, ob man andere Formen findet, auch andere Formen der Strafe. Also Rache, diese Rachegefühle als Korrektiv, wenn sexualisierte Gewalt in unseren Rechtssystemen, das ist ja Ausdruck von Rape Culture, bestimmte Formen sexualisierter Gewalt nicht sanktioniert werden, ja, dann muss ich mir sozusagen andere Ventile suchen. Und das hat die ganze MeToo-Debatte etc. Das zeigen Filme, Auseinandersetzungen im künstlerischen Bereich. Da muss ich mir einen anderen Weg suchen. Ja, wie immer der auch aussieht. Aber das ist eine Möglichkeit, über diese Rache-Fantasien, Rache-Erzählungen auf ein Manko des Rechtssystems und der Ungerechtigkeit sozusagen selbst hinzuweisen, Thema Gerechtigkeit. Und da müsste man auch über andere, wir haben ja vorhin das Thema gehabt, Rechtsgeschichte. Wir hatten ja durchaus mal Zeiten, wo das Talionsprinzip galt. Das heißt, da gab es noch eine Beziehung sozusagen zwischen Strafe und der Straftat. Das heißt, wir kennen das heute noch aus der Scharia, an dem Körperteil, mit dem man was gemacht hat, wird dann bestraft. Das gab es im Mittelalter auch noch. Dann kam das abstrakte Recht. Und wir haben jetzt Strafen, Gefängnisstrafen, Geldstrafen, die stehen in gar keiner Relation mehr. Und ich glaube, es ist ein Bedürfnis da, Strafe, und das geht jetzt gar nicht, dass man Foltern oder Gewalt, aber ich glaube, es ist ein Bedürfnis da, Strafen auch mehr oder Strafkulturen mehr irgendwie an gesellschaftliche Umstände zu koppeln und die nicht so abstrakt, ob man, wir wissen alle, ob Gefängnisstrafe jetzt was bringt, ist in der Rechtssoziologie und Kriminologie auch höchst umstritten. Das heißt auch vielleicht, dass man andere Formen, soziale Formen findet, auch Strafen anders auszulegen. Und die meisten, also wenn man sich durch die ganze Rape-Literatur sozusagen, die meisten Frauen möchten, und das reicht ihnen eigentlich, die möchten entschuldigen, dass jemand sagt, ich habe Scheiße gebaut, ich entschuldige mich. Das ist, wenn man sich durch die Literatur durcharbeitet, ist es gar nicht Rache, sondern die Frauen möchten eigentlich nur das. Das ist eine klitzekleinigkeit. Ja, eine andere Form von Strafe oder Rache, die ganz, so wirklich eine kleine Form der Rache, das ist alles. Wenn wir das ermöglichen könnten, viele, schon viel Frustration und Ungerechtigkeitsgefühl weg. Danke. Susanne? Ja, ich wollte nochmal, ich zurück auch auf das Thema, wie das Museum Rache ausstellen kann und das natürlich auch diese ganzen Aspekte von, was ist überhaupt der Sinn und warum möchte jemand Rache, was will man damit bezwecken und so, aber ich glaube auch, dass es für das Museum ganz wichtig ist, um das auch zu verstehen und gerade in diesen kolonialen Kontexten, dass man auch das Leiden zeigen muss, was da vorangeht. Und da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass Museen sich damit sehr schwer tun, weil es auf der einen Seite natürlich noch nicht so sehr erforscht ist. Das ist auch was, wohin man sich auch gut verstecken kann, weil es, glaube ich, auch selber gar nicht so einfach auszuhalten ist, was da wirklich alles passiert ist. Du hast ja jetzt auch diese Rape-Culture, also wenn wir uns jetzt in kolonialen Kontexten, da ist ja noch fast nichts aufgearbeitet, was das angeht, bei dieser ganzen Sklavereigeschichte und so weiter. Es gibt so einen Buch oder so einen Text, der ist recht gut, der heißt irgendwie, ich glaube, irgendwas mit Black History in a White Mainstreaming, Black History in a White Museum oder so. Und da geht es genau um diesen Aspekt, wie schwer sich doch Museumsmacher damit tun, zum Beispiel diese Vergewaltigungsgeschichten zu erzählen in so einem Kolonial Museum. Und dadurch aber auch wiederum andere Sachen ausschließen, wie zum Beispiel, dass eben in den USA hat man ja relativ viele Mixed-Race-People, die aus genau solchen Kontexten entstanden sind oder deren Familiengeschichten in solchen Kontexten stehen. Und weil aber die einzelnen Museumsmacher damit eben sich so schwer tun, weil das aber auch nicht tatsächlich im Archiv so einfach zu finden ist, weil das wurde natürlich nicht offen zugegeben, wenn man da irgendwie eine Beziehung hatte mit der Sklavin, ob die jetzt freiwillig war oder unfreiwillig. Aber es gibt eben zum Beispiel dann diese Gesetze und so weiter, die dann also gegen Rassenmischung oder so, die dann darauf hindeuten, dass es ja sowas gegeben haben muss, sonst hätte es ja diese Gesetze nicht gegeben. Und ich glaube, da muss das Museum tatsächlich für meine, also meiner Meinung nach weniger diese leicht verdaulichen Geschichten von das war ja alles so gut und selbst wenn wir jetzt hier den Widerstand erzählen, sondern tatsächlich die Dinge auch so zu erzählen, wie sie waren. Und da gab es eben auch Vorgeschichten und so weiter. Um da vielleicht gleich eine gewissermaßen interdisziplinäre, intermediale Lanze zu brechen, da kann, glaube ich, das Museum das eine oder andere aus der Literatur durchaus lernen, weil, also ich war jetzt nur am Beispiel hier bei Sharon de Doua-Otto, wird genau dieses Leid, wird diese problematische Gewaltbeziehung im kolonialen Kontext, im Westafrika im 15. Jahrhundert mit den Portugiesen, die da kommen, wird einfach erzählt und es ist schwer auszuhalten, das zu lesen. Aber wie sowas erzählt wird und im Film gibt es sozusagen da auch Mechanismen, ich glaube, in Filmwissenschaften heißt das Robespierre-Affekt, dass man das Leiden und die Ungerechtigkeit zunächst einmal wirklich zeigen muss, um das Publikum mitzunehmen, um dann an einem späteren Punkt auch die, nicht nur die Rache-Gefühle, sondern gegebenenfalls dann auch den Rache-Akt, also den Gewaltexzess verständlich und nachvollziehbar zu machen. Ich denke, dass das ein Punkt ist. Und was ich nochmal nur unterstreichen möchte, ist, dass man tatsächlich aus Gesetzen, ich habe das am Anfang versucht mit diesem biblischen Gebot zu zeigen, dass man aus den Gesetzen sehr, sehr viel ableiten kann darüber, was zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte üblich war und passiert ist. Wenn es nicht passiert wäre, hätte es keine Gesetze dagegen gegeben. Also es gibt aus dem Mittelalter, gibt es diese wunderbaren Sündenregister, diese, wie heißen die, Penale, wo lauter Sexualpraktiken aufgelistet sind und wie viele Ave Maria und Vaterunser man beten muss, wenn man die getan hat. Man lernt da nicht so viel über die Beichtpraxis, man lernt sehr viel über die Sexualpraxis des Mittelalters anhand dieser Strafregister. Man lernt da nicht so viel über die Sexualpraktiken aufgelistet sind.